Moin Moin und Heidi Ho ihr Lieben, hier ist Mathilde. Mit dem zweiten Ende, das da heißt, höre auf Harvey. Gucken wir doch mal, was passiert, wenn wir auf Harvey hören. Das ist irgendwie etwas creepy. Ätna ging nicht zurück in die Anstalt. Die Polizei verhandelte wochenlang vergeblich nach dem verwirrten Mädchen. Die Suche wurde abgebrochen, als man schließlich die Überreste eines blauen Stoffhasen im Ozean fand. Der Schlüsselmeister wurde ebenfalls nie gefunden. Mutti ging alleine zurück in die Anstalt. Nach zwei Wochen ohne Mutti wurde er für geistig gesund erklärt und entlassen. Überglücklich nahm er einen Job als Bankangestellter an. An seinem zweiten Arbeitstag wurde er bei einem Überfall erschossen. Blase musste auf dem Rückweg zur Anstalt noch einmal austreten. Auf der Tankstellen-Toilette traf er die Liebe seines Lebens und brannte mit ihr durch. Jetzt läuft's bei Blase. Der Spieler sollte hingegen niemals herausfinden, was ihn da getroffen hatte. Ende. Ja, also schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr euch dieses Ende zuerst angeschaut habt oder ob ihr euch das als zweites angeschaut habt. Schreibt doch vielleicht auch rein, welches Ende euch besser gefällt. Wir schauen uns jetzt noch ein bisschen den Abspann an und solltet ihr noch die Fortsetzung sehen wollen, Havis neue Augen, schreibt es in die Kommentare. Dann werde ich euch das auch noch aufnehmen. Wollen wir den Mond anzünden? Das ist dein Adventure, was soll schon passieren? Denn etwa bricht aus, etwa bricht aus, etwa bricht aus und kommt nie wieder. Etwa bricht aus, egal wie Hauptsache raus. Erst durch den Lüftungsschacht, dann mit dem Auto durch die Nacht, was vielleicht ist, Dr. Macell. Bei bei Doktor Macell, denn etwa bricht aus, etwa bricht aus, etwa bricht aus und kommt nie wieder. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020